Dieses Jahr gibt's die Geschenke schon früher. Bei uns ist nämlich bald Weihnacht. Fünf zauberhafte Weihnachtsfilme verkürzen euch die Wartezeit. Ich bin der Weihnachtsmann. Und stimmen euch ein auf die schönste Zeit des Jahres. Oh, cool. Freut euch auf eine besinnliche letzte Adventswoche. Nächster Halt, der Nordpol. Der Weihnachtscountdown. Ab Montag 14 Uhr auf Disney Cinemagic. Untertitelung des ZDF, 2020